Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Uhr 9 Ultra mit Ihrem Telefon verbinden und mithilfe der FIT Pro Anwendung Uhrzeit und Datum einstellen. Das ist die S9 Ultra Smartwatch. Wie Sie sehen, stimmen die Uhrzeiten auf meiner Smartwatch und denen meines Telefons nicht überein. Um die Uhrzeit einzustellen, müssen Sie das Telefon und die Smartwatch koppeln. Der erste Schritt besteht darin, den QR-Code auf Ihrer Smartwatch zu scannen, um zu überprüfen, welche Anwendung Ihre Uhr verwendet. Wie Sie sehen, verwendet meine Uhr die FIT Pro Anwendung. Wenn Ihre Uhr eine andere Anwendung verwendet, können Sie dieses Video auf 2 Minuten überspringen. Laden Sie die FIT Pro Anwendung aus Ihrem Anwendungsspeicher herunter und installieren Sie sie. Schalten Sie Bluetooth und GPS Standort auf Ihrem Telefon ein. Öffnen Sie im nächsten Schritt die FIT Pro Anwendung und klicken Sie auf Set Klicken Sie auf Das Telefon sucht nun nach der Uhr. Klicken Sie auf dem Bildschirm auf den Namen der Smartwatch, um die Smartwatch zu verbinden. Wie Sie sehen, wurde die Uhr erfolgreich mit meinem Telefon verbunden, und die Uhrzeit und der Kalender wurden aktualisiert. Wenn dieses Tutorial für Sie nicht funktioniert, finden Sie in der oberen linken Ecke ein Video mit 10 möglichen Lösungen. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Bitte abonnieren Sie meinen Kanal.